Faktorio Wenn man sich mal die Modifications anguckt Die ich jetzt hier drin habe Dann sieht man, das ist Standard Ja, das ist Standard von Von Faktorio Und diese Mods hier alle Die sind alle installiert Alter Falter Ist das viel Leute, das ist so viel Dass ich keine Ahnung habe Wo ich da anfangen soll, F-Mod kenne ich Oh ja, cool, Kayano, da steht es sogar drin Das ist, man muss auch sagen Ja, liebe Leute, das ist ein Modpack Das ich installiert habe Den Link findet ihr in der Videobeschreibung unten Das heißt, jemand hat sich zusammengetan Und hat, also jemand hat die ganzen Mods zusammengetan Zu einem, ja, Download quasi So, das heißt aber auch Dass diese ganzen Mods nicht unbedingt Immer die aktuellsten sein werden Sondern es geht halt darum Ob die kompatibel miteinander sind Und dementsprechend Sind das nicht immer die neuesten Mods Das sieht man vielleicht dann am F-Mod Ich weiß nicht, ob das die neueste Version ist Ähm Aber daran sieht man das halt Das sind verschiedene Teile Aber das sind so viele Sachen drin Ähm, Bobzeug Das kenne ich auch noch Aus dem Let's Play mit dem Old Bull zusammen Boah, das sind so viele Sachen drin, Leute Das ist richtig abartig Und das wird jetzt wirklich sehr, sehr nubig werden Ähm Für alle, die jetzt vielleicht doch mal Neu dazu gekommen sind So Faktore Ich werde ein paar Sachen wieder erklären Das muss ich einfach machen Das ist, äh, gehört sich so, ne Ich werde am Anfang ein bisschen erklären Was ich da mache Und um was es alles geht Es geht halt quasi darum Eine Fabrik aufzubauen So Wir drücken hier auf Neues Spiel Und hier kann man jetzt Literar-Einteilung einstellen Wie häufig, wie groß die Und wie viel Menge da drin ist Zum Beispiel Kohle Ich lasse jetzt einfach alles mal auf Normal Auf Mittel Auch die Gegner bleiben Alles drauf Na, guck mal was Wie viel Zeug wir hier kriegen Bleierz, Quarz Rutil-Erz Silber-Erz Zinnerz Wolfram Zink-Erz Limestone Alter Faktore Das sind die Feindbasen Und Ich möchte aber ein Seed verwenden Den könnt ihr quasi dann auch verwenden Und zwar ist es 14, 15, 15, 2 Das steht einfach für N, O, O und B Ne? Noob Hehehehe Noob Dann generieren wir das ganze Ding Dann schauen wir mal, was wir bekommen Wir bekommen eine wunderschöne Welt So, äh, hier war noch dieser Bug, genau Und jetzt sind wir hier drinnen, Leute Es regnet Weil, ähm, Wetter mit drin ist anscheinend Es regnet Man hört ganz leicht auch Regen Ich kann ja mal schauen, ob ich den in den Zaun Vielleicht doch ein bisschen lauter mache Ich hab den ja immer ein bisschen leise gehabt Mach mal so Ach, schön, schön So, und dann rauscht es im Hintergrund ein bisschen Wir schauen mal kurz auf die Karte Sind die irgendwo schon Gegner? Ich hoffe mal nicht Das ist jetzt unsere Basis Ähm, weil ich würde mich ungern weiter wegbewegen Huch Oh, es hat geblitzt Wir fangen gleich, äh, nachts an Und wir haben jetzt echt viele Sachen Wie zum Beispiel Ich muss ja kurz Pause machen Ich möchte eigentlich, ja Wie zum Beispiel haben wir jetzt das Curse drin Das hab ich mir kurz angeschaut Hier, Curse Base, ja Also hier haben wir jetzt quasi unsere Base Ähm Dieses Teil ist irgendwie dazu da Dass man kann XP sammeln Ja, man bekommt XP hier durch zum Beispiel Durch Mining, durch Farming Durch, ähm, rumwandern Kriegt man XP Und das kann man dann quasi hier, ähm, ausgeben Ich hab hier zum Beispiel 10 Punkte, die ich ausgeben könnte Ich könnte jetzt zum Beispiel hier das machen Ich wusste nicht, was das ist Ich hab's mir einmal kurz angeschaut 24 Stunden Tag Hm, 0, äh, 0 von 7 Also man kann sich einmal auf, anklicken Und dann hat man einen 24 Stunden Tag Also 24 Stunden wird das dann wirklich Tag bleiben auch Ähm, oder man macht's andersrum Ähm, dann kann's kaufen Aber das kauft man einmal Und dann ist es weg Also bin ich mir nicht sicher, ob ich da meine Punkte investieren soll Man kann zum Beispiel auch Mining Bonus machen Oder eine Axt kaufen und so weiter Boah, Leute, ist so viel Zeug Ist so viel Zeug Man kann sich auch Buildings kaufen Zum Beispiel eine Base Die Base könnte ich woanders hinsetzen Ähm, hier, das geht noch nicht Weil ich die ganzen Sachen noch nicht habe Anscheinend kann ich auch mehrere Bodies haben Um mich zu transportieren Was ist sehr cool Ist das hier eine Bank Leute, hier haben wir eine Bank Ähm, und so hab ich das mitbekommen Alles, was hier drin ist Krass, wir haben eine Level Okay, das sind die, die, ähm Die Level, die ich schon habe Ähm, und diese Bank Wenn ich jetzt, die lasse ich jetzt hier quasi stehen Oder wenn ich da was reinmache Und dann weglaufe Müsste sie eigentlich dann wieder verschwinden Jetzt ist sie verschwunden Und jetzt ist sie wieder hier drin Das ist ein, gerade, Inventar Was ich immer mit mir rumschleppe Ein extra Inventar Eigentlich ziemlich cool Die kann ich jederzeit wieder rausholen Ist geil, ist geil, Leute So, das machen wir mal wieder weg Wenn das überhaupt geht Ne, das muss anscheinend noch mal aufbleiben Oder kann ich das so machen Ne, dann weiß ich nicht, ob ich wieder aufkriege Haha Gut Das ist so das Einfachste Dann kann man gucken, was wir alles erforschen können Ach du Scheiße, Leute Das wird ein richtig krasses Ding Ähm, und wir werden einfach mal Ja, das Standardzeug machen Was können wir denn schon bauen? Ach du Heiland Oh Gott, hier ist das von Cursed Es gibt nämlich, ähm, ja A Rose kann man machen, weil Nein, was haben wir denn eigentlich für Waffen? Wir haben Ein Cursed Bow, Level 1 Der macht 7 Schaden Ich hab auch eine Pistole Wie viel Schaden macht die? 2 Schaden Aber wie schnell schießt die? Die Vollgeschwindigkeit 6 pro Sekunde 0,3 pro Sekunde Die schießt total langsam Okay, da kann man sich noch Pfeile basteln Und da kann man da noch aufleveln Auch noch dabei Okay, man kann irgendwie Oh nein, ich will kein Blut Donation Ähm, man kann auch Blut quasi dann Donation Damit man mehr XP kriegt und sowas Also Blutspenden und vom Gegner das Blut einsammeln Und so weiter und so fort Aber darum kümmern wir uns glaube ich erst später Gibt es noch auf Engines Logistik hier, Magnet Da fragt man sich, da fragt man sich, was das alles ist, Leute Was wir glaube ich machen, werden es einfach Wir haben jetzt eine Cursed Axt Ist okay Wir bauen einfach erst mal das Standardzeug, Leute Also was wir brauchen, wäre eigentlich eine Ähm, ja Abbaumaschine Das wäre die beförderte Erzfeuerdings Das heißt, wir brauchen Stein-Zahnräder Wir machen erst mal das Standardzeug Wir brauchen Stein, Leute Suchen wir mal Stein Hier ist Eisenerz Hier haben wir Eisenerz Hier haben wir Kupfer Hier haben wir einen Haufen Kohle Das ist echt eine super Lage Kupfer, Kohle, Eisen Weil das so die Standarddinger sind, die man am Anfang braucht Aber ich bräuchte noch irgendwie Stein Und da weiß ich nicht, ob ich den finde Was ist das denn hier? Galanit Galanit, aha Boah, Stein finden ist nicht so einfach Uranit Vor allem, wenn es jetzt so viele Rohstoffe gibt Und das ist ein bisschen nervig Vor allem Boah, das ist aber geil, ne? Mit dem Wetter, ist cool Aber anscheinend sind die Nächte ja auch länger Kann das sein Und es gibt jetzt auch Wind, Leute Hier oben seht ihr Wie lange ich insgesamt gespielt habe Und wie die Windgeschwindigkeit ist Und aus welcher Richtung die kommt und so Ist schon krass, ne? Okay, wir gucken einfach mal Ob wir das hinkriegen Ich mach ein bisschen Holz mal mitnehmen Man kann Holz immer gut gebrauchen Dann müssen wir auch dann ganz schnell Den Tree Farm Mod Den würde ich dann auch gerne probieren Ich würde gerne Weil die Gegner sollen sehr stark sein Oder werden Ich weiß es nicht Und dementsprechend müssen wir uns auch schnell Darum kümmern, dass die Pollution unten bleibt Und nicht nach oben kommt Deswegen ein paar Seeds ansetzen Und ein paar Bäume pflanzen Aber wo ist denn jetzt hier Stein? Wenn ich auf die Karte gucke Werde ich Stein wahrscheinlich nie finden Aber hier sieht es eigentlich ganz gut aus Wenn ich hier so eine Basis So würde ich die hier bauen Hier die Basis Muss ich mal schauen, wie ich das denn hier zubaue Boah, wo ist jetzt hier Stein? Das ist das Problem Ist das da unten Stein gewesen Was ich gerade angeklickt hatte? Na, Uranit Das ist auch was anderes Boah Leute, es wird uns doch jetzt nicht hier an Stein fehlen Mal gucken, was passiert, wenn man eigentlich dann stirbt Das weiß ich noch nicht Weil man kann ja anscheinend auch mehrere Alter, was ist das denn da? Oh, Explorer Level 2 bekommen Geil Ja, jetzt habe ich schon Hier im Tier 1 habe ich schon 11 Sachen Kann ich mir eine Axt bauen Bei Armor Kann ich die eigentlich auch upgraden? Hier, Upgrade Tool Upgrade Armor Geil, kann man auch upgraden das Zeug Weil das Tool, was ich momentan habe Das hat eine Abbaukraft von 2,0625 Mal 0,0625 0,0625 Und jetzt hat es eine Abgrade von 0,125 Geil Alter, wie viel Erz hier rumliegen Aber kein Stein? Würde mich doch verarschen, ey Gold Oh ja, ich brauche Gold Ich will kein Gold Gib mir Stein Wo ist mein Stein? Hm, Leute Ohne Stein kommen wir nicht voran Lime Stone Ach du Scheiße Das ist ja schon eine fette Basis Würde mich verarschen direkt neben mir? Mich euer Ernst? Ah, hier ist Stein Hier ist Stein Ach du Scheiße, das ist eine Basis Na gut, solange die uns nicht angreifen Ist alles okay So, jetzt haben wir natürlich Die Geräusche sind jetzt ein bisschen lauter Aber Ich hätte vielleicht auch die Umgebungsgeräusche Bis lauter machen können Mal kurz schauen Ähm, Audio Das hier ein bisschen runter Also das Gesamtlautstärke Ist eigentlich Äh, mal so Umgebungslautstärke Mal ein bisschen lauter Das gehört bestimmt da drinnen Oder gab es ja Naja, keine Ahnung Da muss ich noch mal schauen, Leute Bis zum nächsten Mal Gucke ich da mal rein So, wir machen ein bisschen Stein Wir brauchen einiges Was Ah, wir haben ja Ich Idiot Wir haben ja unten in der Leiste schon Sachen Was ist das denn? Electric Furnace Stromast Wir haben sogar schon Solarpanel What the fuck? Wir haben ja schon einen Haufen Zeug Okay, Leute Hm, hm, hm Gut, dann fangen wir damit an Wir brauchen, ähm Ja, Kohle Das ist hier Das ist ganz wichtig Das ist eins mit der Wichtigen Sachen halt Die ich mit so brauche Machen wir mal Erwartete Ressourcen Hä, pro Sekunde? Normalerweise wird doch da eingestellt Ähm Normalerweise wird Heißt es doch immer Ähm, wie viel Ah, ich glaube Ich habe mal im Forum gelesen Es gibt unendliche Ressourcen Die man abbauen kann Bin mir nicht sicher Es kann sein, dass man hier unendlich abbauen kann Aber halt, wo man es aufstellt Entscheidet halt dann Wie viel pro Sekunde man kriegt 15, 16, 17, 18 Ne 19 20 Hier 20 20 pro Sekunde kriege ich hier raus Wird ihr mich verarschen? Das glaube ich nicht Das werden wir sehen, Leute Das werden wir sehen Ob da jetzt 20 Kohle pro Sekunde rauskommen Hä, 5 pro Sekunde steht hier Verstehe ich nicht Ja, es gibt so ein paar Sachen Oder man, die Maschine muss es auch hinkriegen Das kann natürlich auch sein Dass die Maschine es hinkriegen muss Ja, ich mache das nochmal weg So Nimm das nochmal weg Und mache die unten hin So, hier am Rand einfach Na, machen wir noch 1, 1 rein So Okay, wie viel Pollution macht die eigentlich? Umweltverschmutzung 10 Was? 10? Da kommen doch bestimmt gleich die Aliens angerannt Oh, verrückt, Alter Das ist echt verrückt Ganz ehrlich Das ist verrückt Was wir hier machen Das ist echt verrückt Okay, wir brauchen dann gleich noch einen Ofen Wir haben ja schon eine Da haben wir jetzt ja 2 Ist kein Problem Davon bräuchte ich auch noch einen Und wie sieht es aus mit Knickarme? Haben wir da schon was? Ja, befeuerte Knickarme Okay, davon hätte ich nämlich auch gern welche Damit er sich selbst befeuern kann Wird nur ein bisschen schwierig Ja, bräuchte ich mehr als nur diesen einen Äh, was brauchen die? Stein Na klar, Stein Okay, kein Problem Stein kriegen wir noch hin Ähm, den lasse ich mal trotzdem mal schnell Befeuern 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 Hab ich denn schon Eine Holzkiste Hab ich nicht So, machen wir da mal eine Holzkiste hin Damit er das auch reinmacht Und dann holen wir uns schon mal Ähm, hier unten nochmal Eisen Schnell Mit dem Erzförderer Holen wir uns noch Eisen raus Okay, am Explore Level Schon Level 3 erreicht Krass, wie schnell das geht So, wie war das? So, kann man es rausholen? Genau Dann bauen wir uns noch eine Kiste Die setzen wir hier hin Und hier quatschen wir das hier mal rein Dann macht der schon mal ein bisschen Eisen Und schon mal rausholen Der holt halt ein bisschen Kohle raus Kann sich noch nicht selbst befeuern Aber okay So, Stein war hier oben Achso, hier ist tatsächlich einfach Ach, Ertrag Achso, Leute Man hat keine Menge Sondern der Ertrag, der rauskommt quasi Also es wird immer weniger nach einer Zeit Ist das dann so wie mit Öl? Ich glaube, das ist so wie mit Öl Dass wir dann irgendwann ganz wenig Lust noch rauskriegen Aber immer noch was rauskriegen Okay, das wird echt interessant, Leute Das wird interessant Ihr habt es euch schon mitbekommen Oder ihr habt es nicht mitbekommen Ihr werdet es mitbekommen Die Folge ist heute mal ein bisschen länger 30 Minuten habe ich eingeplant Damit wir hier ein bisschen Ja, in Anführungsstrichen was erreichen Ich bin mir nicht sicher, ob wir was erreichen So Ich würde das nämlich gerne so machen Und dann hier rein Dann befeuert es sich schon mal alleine Abgesehen davon, dass ich die erstmal initiieren muss Damit die auch überhaupt anfangen Weil die können sich dann selbst befeuern Und dadurch machen die quasi So, so und dann da rein So, und wenn die selbst keinen Brennstoff mehr haben Dann nehmen die sich jetzt selbst Kohle Also es ist vielleicht ein bisschen schnell Was ich hier mache Für alle neuen Zuschauer Also das sind Erzförderer Die fördern halt die Kohle raus Lagern das in die Kiste rein Und diese Förderer Die brauchen selbst Kohle Nehmen sich aber selbst dann Kohle Wenn sie es brauchen Ne, um sich selbst zu befeuern Und das werde ich jetzt wieder reinladen Weil der braucht selbst noch Kohle Um Kohle zu fördern Voll witzig Und der macht jetzt 1,5 pro Sekunde Da oben hat er 5 pro Sekunde gemacht Na gut Ähm, das ist schon mal eine gute Sache Huch, bewegt sich nicht mehr Was ist los? Achso, weil es voll war Weil es voll war Okay Dann nehme ich mal kurz hier oben Ein bisschen Kohle mit Hm? Okay, jetzt ging es Irgendwie ging es Steuerung gerade nicht Okay So, und hier unten Haben wir jetzt ja Ähm Erze So Und jetzt könnten wir Rein theoretisch sagen Komm, wir machen das einfach mal so Das habe ich Heute auch gesehen Bei jemand anderem Machen wir einfach so Dass wir das direkt in den Ofen rein tun Dann schmeißen wir die Hälfte mal Von Kohle rein Und hier schmeißen wir auch die Hälfte rein Und jetzt können wir die Eisenerze Die wir fördern Er fördern Direkt in einen Ofen schmeißen Und dieser Ofen schmilzt jetzt quasi Sofort Eisenplatten daraus Eisenplatten ist eine sehr wichtige Ressource Das darf man echt nicht vergessen Das ist eine sehr wichtige Ressource Die brauchen wir später Richtig krass Brauchen wir die Richtig krass So, können wir uns noch einen Förderer leisten? Ja Leider kein Ofen Da fehlt uns schon wieder Stein Ist das hier eigentlich auch Stein? Nein, das ist Kupfererz Ich hätte nämlich gerne noch Kupfererz Holen wir uns hier nochmal ein bisschen Kupfer raus Machen wir auch erstmal am Rand Von mir aus Ist gar nicht so So schlimm So, dann machen wir da eigentlich das gleiche Lass mal hier noch ein bisschen Kohle rausholen Schmeiß noch mal rein Kann ja schon mal anfangen Da ein bisschen was zu sammeln So Holen wir uns noch ein bisschen Stein Das ist halt so eine Sache Die wir immer wahrscheinlich selbst Machen müssen Ich weiß gar nicht Wie man an Tier 2 Also ich gucke gerade bei Kirst oben Da haben wir ja Tier 1 13 Level schon Und Tier 2 Ich weiß nicht wie man Tier 2 levelt Keine Ahnung wie das funktioniert Kann man dann vielleicht Tier 1 umwandeln Zu Tier 2 Weil Waffen Upgrades Und Upgrade Tool Und so ist das schon sehr geil Guck mal Mining Level 3 schon bekommen Geil Da haben wir jetzt schon 14 Level Aber ich gucke mal kurz Wir machen jetzt hier Tier 1 Mining Bonus Könnte man machen Klick Klick, 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 klick Machen wir mal 5 Stück rein Kicken wir da jetzt mehr raus Ja, plus 1, plus Ja, keine Ahnung Wird halt nicht angezeigt, ne Oder wird dann das Ding hier besser Ne, ist auch nicht besser Alter, die Haltbarkeit ist ja ewig Krasse Scheiße, Leute Ja, ist ein bisschen schwierig, ne Defense Bonus Attack Bonus Ach so Das sind die XP Bonus anscheinend Weil hier haben wir auch Crafting und hier Explorer Bonus Wahrscheinlich Klicken wir dann hier Bei Mining Ähm Pro Abge Ja, Bonus 3%, genau Da bekommen wir mehr XP Bonus Während wir Mining Die Frage ist Das geht ja nur Wenn man selbst Minert Ist ein bisschen Dumm da jetzt vielleicht Punkte rein zu machen Weil später Minern wir nicht mehr selbst Von daher Bräuchten wir das dann auch Gar nicht mehr So, wenn wir wieder Kohle rausnehmen Hier unten Der braucht bestimmt Gleich mal wieder Kohle Wenn ich mir gleich mal Äh, die Hälfte Überall nochmal nachschippen So Und übrigens Habe ich auch gerade Noch einen Haufen Erz Einstecken So Okay Und dann bauen wir uns Jetzt hier noch Ofen Und dann machen wir Das gleiche hier Auch nochmal hin So Dass wir das direkt Hier reinschmeißen Ich hole mir noch Ein bisschen Kohle So Ist nicht viel Aber wird reichen Erstmal Kupfererz So Okay Hä, aber ich habe Das Zeug auch hier Ich dachte das ist In der Bank Moment Ich gehe mal in die Bank rein Da sind auch nochmal Cursed Hä, nee Das ist das gleiche Ach, das hier ist das Ding Ah, okay Das hier ist die Bank Slots Die kann man aber auch Ähm Quasi erweitern Habe ich gehört Gehabt Ähm Gelesen gehabt Dass man das angeblich Auch erweitern kann Upgrade Part Was auch immer Das schon wieder ist Bank Hier kann man die Bank upgraden Krass Okay Dann Das hier mal wieder zumachen So Jetzt haben wir Kupfer Eisen Und Läuft schon mal langsam Alles an Ähm Das möchte ich aber gerne Gerne Ähm Automatisieren Ähm Zum Beispiel mit Fließbändern Die wir noch gar nicht haben Machen wir keine Fließbänder Muss man die ja Ach nee Hier haben wir Fließbänder Die brauchen wir jetzt Steinzahnräder Okay Äh Ich merke schon Wir müssen Da oben auch mal einen automatischen Erzförderer machen Was braucht der Eisenplatten Kein Problem Die holen wir uns von unten Da sind ja jetzt schon genug drin Und dann machen wir uns auch mal Steinförderer Das müsste eigentlich das erste sein Was Was man baut Warum ich das jetzt nicht gemacht habe Keine Ahnung So Ein bisschen Kohle Nochmal alles rausgezogen Das Problem ist so Der macht Pollution Und da oben sind schon Gegner Also Ähm Man Oh der braucht Braucht der Strom Okay Kann also doch ein bisschen Ähm Schwerer werden Das Ganze Wenn da jetzt die Aliens Watt angreifen Man braucht der Strom Der Base Arctic Wolfie Maximal Energieverbrauch 1 Watt Okay Wir haben ja hier Ein Solarpanel Ich setze das einfach mal Hier so hin Jetzt wird es natürlich Nachts in der Klasse Ja Produziert wahrscheinlich Verfügbare Leistung Geht natürlich komplett runter Aber wir haben auch Akkumulatoren Sind auch schon da Machen wir mal so Dann haben wir hier Quasi unser Strom Für den einen Typen Aber ich weiß nicht Was das ist Ob das irgendwie Ähm Ja gebraucht wird Um da wieder zu spawnen Oder so Wenn ich sterbe Das weiß ich nämlich Nicht genau Wie das funktioniert So Dann Eisenplatten Habe ich ja jetzt genug Jetzt kann ich nämlich Anfangen mit Also ich werde das alles Wieder so bauen Wie immer Immer erstmal Schön Schön eng Alles bauen Irgendwie alles zusammen Klatschen Eigentlich brauche ich so schnell Wie möglich auch Steine Ähm Mauern Aber was soll ich machen Schwierig mit Mit Mauern Die müssen auch Gebrannt werden Alles Oh mein Gott So hier haben wir jetzt So zum Beispiel Kohle Okay Die Kohle werden wir jetzt Ähm Dann hier so Lang ziehen Und werden die dann Hier nach unten ziehen So Okay Von der Seite Würde jetzt Hab ich den Ist der Der Blocker Ist doch der Blocker Ist mit dem Oh geil Die haben den Blocker Mit reingemacht Oh finde ich das nett Das finde ich so nett So komm mal her Kurz Ich muss mal kurz Zwei Steine brennen So Und so Na stimmt ja Der macht ja jetzt gleich so So mal zwei Steine Hinterher brennen Äh Ich will zwei Steine haben Okay Gut Jetzt hab ich zwei Ziegel Jetzt kann er von mir aus Da wieder Kupfererz brennen Jetzt hab ich ja zwei Ziegel Und kann mir einen Blocker bauen Das ist doch schon recht wichtig Leute Schon recht wichtig Passt auf Wir werden jetzt quasi von Hier Von dem Ach shit Ich brauch ja hier dann auch noch Kohle Hm Ist echt ein bisschen nervig Huch Dann werd ich das so machen Und dann kommt Ähm Ja das Zeug von hier oben Muss ich auch noch nach oben bringen Äh Ich brauch mehr Eisenblatten Viel mehr Eisenblatten Leute Und mehr Kohle Weil eigentlich muss ich das Ding hier unten Ja mit Kohle Befeuern Das heißt von dem Ding Muss eigentlich nach unten Da und da Überall noch was hin Teiler kann ich glaube ich Noch keine bauen Geht das schon Oder geht das noch nicht Ich kann keine Teiler bauen Puh Noch keine Teiler Okay Naja ist kein Problem Da müssten wir quasi mit befeuerten Knickarm arbeiten Das ist ja mal Krass Ähm Ja Das ist krass Ich hab jetzt vor Ähm Diese Ähm Minen quasi erstmal noch Dass die befeuert werden gleichzeitig Muss man aber erstmal Dahin bringen Ähm Ich schmelze manchmal kurz weg Na da geht das Zeug hier auch noch raus Das heißt Ich muss das auch noch mal nach oben machen Mit Knickarm auch noch Okay Ist ein bisschen kompliziert Was ich hier mache Das gebe ich gerne zu Ist ein bisschen umständlich auch Ähm Mir fehlen wieder Steine Ich nehme mal kurz Kohle mit nach oben Damit der hier oben weiter läuft Der soll So lange laufen wie möglich So Stein Ja ich baue erstmal alles mit befeuerten Knickarm Ich hab keine Ahnung ob das Umweltbewusster ist Das kann ich echt nicht sagen Ich setze ihn mal da hin So Und das jetzt quasi Wird ersetzt Mit einem Fließband So Und hier Müsste ich mal was rein machen Und hier müsste ich auch was rein machen Damit der sich quasi selbst befeuert Und auch Was hinbringen kann So aber jetzt kann der Ähm Diesen Erzförderer Beliefern mit Kohle Und der Spuckt auch seine Kohle aus Dann mache ich hier mal Blocker rein erstmal Ungefähr bis dahin So jetzt wird sich das hier hoffentlich Irgendwann mal stauen Ich tu das mal kurz So hin Geht ja Geht das? Ne Das heißt ich muss das jetzt mal per Hand hier hin machen Aber wie war denn das? F G Shit Wie war denn das abwerfen? H T Nein Oh Gott Mit was konnte man Sachen Hinwerfen War das nicht mit R E Okay Leute Ich bin echt gerade zu blöd Wie war das? Ich spiele das schon zwei Jahre Aber ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht Dieses hinwerfen Egal Dann machen wir es so Ich gehe jetzt hier rein Und schmeiße es einfach so rein Fertig Ähm Okay Jetzt habe ich hier so einen Blocker hingesetzt Das heißt dieses Erz geht nur bis dahin Weil jetzt kann ich nämlich diesen Ofen hier hinsetzen Von mir aus so weit oben wie möglich so Dann habe ich jetzt zwei befeuerte Knickarme Machen wir so Und dann wieder raus Und jetzt wird irgendwann mal die Kohle hier runter gehen Und dann geht es ab Dann geht es ab Das verspreche ich euch Okay Der befummelt sich jetzt schon mal Das ist schon mal sehr nett So Und das geht dann alles in die Kiste rein Und dann haben wir jetzt quasi hier Äh Schon ganz automatisch Wird jetzt hier alles laufen Ohne dass ich jetzt noch was hinzutun muss Das trifft aber hier unten noch nicht drauf zu Oh Wir haben keine Dings mehr Hier brauche ich ein bisschen was zum Verbrennen Das da runter zu priegen Das ist jetzt ein bisschen schwieriger Weil das wieder so ein weiter Weg ist Ich mag das eigentlich nicht Wenn das so ein weiter Weg ist Ich hack mal kurz selbst noch ein bisschen Holz Äh Kohle Und dann haben wir uns Anfang ist dann getan Ich habe nur Angst Dass die Aliens dann bald angreifen Weil die sind da oben Ziemlich viele Und die fressen schon unsere Pollution Seht ihr das Dieses Rot hier Das ist Pollution Der so Verschmutzung Und die fressen das auf Und werden irgendwann aggressiv Und greifen an Und ich habe keine Ahnung Wie ich das verteidigen soll Weil ich habe ja Nur eine Pistole Und das sind so viele Gegner Keine Ahnung Vielleicht echt mal langsam Dann eine Mauer irgendwie aufbauen So hier oben ist bald voll Das ist gut Okay Hier unten kommt nochmal Kohle rein So Und dann würde ich gerne Dass wir noch die Eisenplatten mitnehmen So denn hier würde ich gern Ab einem bestimmten Zeitpunkt Ich weiß gerade noch nicht genau Ja vorerst erst mal hier oder so Quasi dann das Erz vom Eisen nehmen Hör mal hier ist ja auch Eisenerz Wieso habe ich das da unten gebaut Das ist viel kürzer hier Ja ich werde das da hin verlegen Das ist eine gute Idee Ich verlege das hier hin Dann kann ich von hier oben Dann auch die Kohle noch mit reinnehmen Der hat immer noch keinen Strom Willst du mich verarschen Ist doch eigentlich markiert So Jetzt ist er drin Okay Gut Das heißt ich baue nochmal Ein paar Fließbänder Aber Leute Ihr könnt euch so oft auf Fails freuen Da könnt ihr euch schon richtig drauf freuen Leute Ich schwöre Ich schwöre Ja bald ist das ja endlich mal voll Erst dann funktioniert das ja alles Was ich hier geplant habe Weil dann lässt der Lässt dieser Arm die Kohle hier unten durch Da hinten durch Nicht da unten So Das heißt ich werde hier unten das umbauen Hier nehme ich wieder mit Nehme ich auch mit Danke 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 Weil es ist nicht so weit weg Das ist schon gut so Mal direkt hier hin So das Zeug kommt dann quasi hier rauf Kommt dann da raus Und hier oben Müsse ich jetzt noch ein Kohleband machen Was dann hier hin geht Das geht dann von hier da lang Jetzt direkt da runter Sagt bloß das reicht schon Geil Ich dachte ich muss ja noch einen Haufen Haufen Sachen bauen Okay Dann brauche ich noch ein paar Noch ein Zwei Kohledinger Befeuerte Dinge Einmal für rein Ne raus brauche ich ja gar nicht Raus brauche ich gar nicht Ah jetzt haben wir natürlich das Problem Dass jetzt wieder hier ewig dauert Bis das hier voll ist das Band Naja Kann man nichts machen Okay Einmal anfeuern Und der Rest kommt da rein Sehr schön Oh oh Die Gegner greifen an Wo 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 sind die Ich höre die nur Ach hier Oh Oh Gott Ich hab die nur Ich hab die nicht gesehen So das ist jetzt quasi Blut Was man aufsammeln könnte Wenn man einen Tank hätte Und das bewegt sich irgendwie Richtung Tank Dann automatisch Keine Ahnung Ich hab noch keinen Tank Also keine Ahnung Warum sich das jetzt so wegbewegt Shit ey Na gut Die haben nicht so viel kaputt gemacht Also werden wir jetzt wahrscheinlich Tatsächlich permanent Unter Angriffen leiten Sehr interessant Es wird eine sehr spannende Folgen Werden das zu geben Weil ich dann auch nicht so viel Ja quatschen kann So wie jetzt Ich kann hier Oh kleine Beißerleiche Hab ich jetzt bekommen Stimmt Ja das bekommt man ja auch Oh Gott Unstrengt Unstrengt Ich brauch mehr Kohle Das heißt ich werde jetzt noch eine Ähm Kohlesache dann machen müssen Ja erstmal hier vielleicht noch Mal hier kann ich noch ein Ofen Ja warum Machen wir es vielleicht noch Dass wir drei hinkriegen Das heißt da Machen wir hier mal weg So Und dann machen wir Das Band hier direkt hin Ähm Bringt natürlich so viel nichts Okay Ja das wird echt spannend Leute Da freue ich mich schon drauf Die ganze Zeit Aber es ist gut Es ist gut Dass immer nur ein paar angreifen Also das greift nicht die ganze Meute an Das finde ich sehr gut So jetzt muss ich mal kurz hier Den nochmal abbauen Dann den Blocker Weil der muss ja bis hier hingehen Den werde ich dann also hier hinsetzen Okay Dann blockt er das perfekt dort ab Und der kann sich das dann noch greifen Nachher So dann haben wir wenigstens Drei Schmelzen quasi dann Für Kupfer Für den Fall dass wir noch ein bisschen Ausbauen wollen Okay Puh Hier ist natürlich alles schön kaputt Jetzt haben wir natürlich Ach ja genau Ich wollte mich darum kümmern Dass wir noch mehr Kohle kriegen Weil die Kohle ist ein bisschen wenig Ähm Wir brauchen also noch Sagen wir mal Zwei Erzförderer noch So Mal gucken Kann man das in den Kreislauf Hier mit reinbauen Na klar Hier könnte man Hier könnte man eins hinbauen Aber hier ist ja keine Kohle Also muss ich das weiter hier reinbauen Mal kurz gucken Was ist denn wenn ich das Soja baue Nach da mache Würde das funktionieren Wenn ich jetzt hier noch Knickarme reinmache Wir werden es sehen Also quasi Huch So So und so Brauche nochmal zwei Okay Ähm Forschung könnte man quasi schon anwerfen Aber keine Ahnung Ich habe das jetzt noch nicht gemacht So Einmal da Einmal da Einmal da Und einmal da Okay Und das Ganze geht dann hier wieder raus So Das sollte funktionieren Da haben wir jetzt schon mal zwei Maschinen Die arbeiten Ja und die Maschine Versorgt quasi alle Und wenn die jetzt noch voll ist Weil die hat ja eine gewisse Lagerkapazität Wenn die voll ist Wird auch die letzte noch beliefert Das werden wir gleich sehen Die dürfte gleich voll sein Die ist mit fünf Ist die voll Jetzt geht es hier rüber Ne der hat sich erstmal selbst versorgt Der Knickarm Der Sack Hat sich erstmal selbst versorgt Ich mache das hier aus So Wir haben ab und zu versorgt Sich halt selbst So der bringt das da hin Der versorgt sich auch erstmal selbst Okay Dauert noch ein bisschen Man kann auch die Zeit vorspulen Leute Das habe ich auch gesehen Man kann hier oben hier Speed beschleunigen Aber ich glaube Sowas werde ich erstmal nicht machen Aber das Geile ist Ich kann pausieren Oder langsamer machen Wenn ich mal Quatsche oder so Das ist glaube ich auch mal ganz wichtig Gut Jetzt kriegen wir auf jeden Fall genug Kohle Hoffe ich zumindest Dass das alles jetzt läuft So hier hinten Das stagniert langsam Weil jetzt kommt echt viel Kohle an Okay So muss das sein Gut Hier hat sich leider was verfangen Das muss noch ein bisschen weg Dann brauchen wir da nochmal zwei Knickarme Und eine Holzkiste Und dann haben wir Den Anfang gut geschafft Weil ich sehe gerade Wir sind über die 30 Minuten drüber Ich werde jetzt noch schnell befeuern So Mit Initialkohle So Ja und dann Haben wir schon mal Eine automatische Eisen Und Kupferschmelzfabrik Und eigentlich könnte man hier auch schon Forschungsmäßig irgendwas anfangen Wir haben Solarpanels Ich könnte eigentlich Ich weiß Rein theoretisch hätte ich mit Kohle Gar nicht anfangen brauchen Ich hätte wahrscheinlich gleich Elektroknickarme machen können Aber gut Die brauchen eine Schaltkreise Und sowas Das kriege ich noch nicht so einfach hin Deswegen ist das glaube ich Eine ganz gute Alternative Eine gute Anfang Ja und dann schauen wir einfach mal Wir müssen uns das sowieso Alles auch mal anschauen Ich glaube in der nächsten Folge Machen wir mal Eine Anschaufolge Was wir hier alles Craften können Und vor allem hier Schauen wir uns auch mal an Da werden wir hier einfach Den Speed runtersetzen Gut Damit würde ich sagen Ich hoffe es gefällt euch Oh ja Die ganze Folge ist zu Ende Und der Tag kommt endlich wieder Leute Ach du Scheiße Da muss ich wahrscheinlich Echt mal gucken Wie ich das hinkriege Vielleicht muss ich dann echt Meine ganzen Punkte Immer hier reinschmeißen Damit immer Tag bleibt Oder so Man kann ja hier auf Infinite klicken Dann haben wir jetzt Immer Tage Aber es ist ein bisschen Schade für die ganzen Dings Weil die Punkte Kriegt man ja nur Durch Farmen Oder durch Abbauen Und ich baue ja nicht Die ganze Zeit ab Na jetzt habe ich schon gemacht Leute Oh jetzt habe ich es zugemacht Ach ja stimmt Hier kann man es zumachen Okay Gut dann würde ich sagen Ich war der Tenchi Hier vom Zubstkanal Und ich hoffe es gefällt euch Was wir hier machen Gut Bis zum nächsten Mal Tschüssi Jajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Vielen Dank.